Leonie H. schreibt Keine Ahnung was drin vorkommt Echt ich kann mir null Vorstellen. Ich mein da ist diese süße Kleine Katze die man streichen möchte Die zwar ein bisschen grümmig aussieht aber das bin ich schon gewohnt Von Katzen. Grüß dich Nito Und ja ich weiß wo ist das Brot Wo ist das Brot Da ist das Brot. Und da sind die Katzen Ich muss drei Stück erreichen und hab's geschafft Nice. Okay wir haben's erreicht Den Rest können wir auch abwerfen Gib mir Level 2 White bread Soon Oh Gott leg dich niemals mit Katzen an Ey leg dich niemals mit Katzen an. Okay komm Nächste Runde. Sieben Stück müssen wir jetzt treffen Kein Problem für mich Langjährige Erfahrung wollte ich sagen So komm her kleine Katze und friss das hier Elf Stück diesmal. Das ist eine richtige Herausforderung Die in der Luft kriegen Easy peasy Oh man bis wann geht das eigentlich? Hat das ein Ende? Oh komm wir werfen den Rest auch mal I'm bread easy Now drei Fisch Oh Nein Katze du kriegst keinen Fisch von mir Nur wenn du mich lieb hast und bei diesem Blick Na ich weiß nicht. Da hab ich nicht das Verlangen dir Fisch zu geben So 15 diesmal Ja den Rest lassen wir laufen Den Rest lassen wir laufen Easy komm hau ab Haut ab man Und Level 5 Was bekommen wir? Pumpernickel und He's been framed I's been framed Ich mein wie wie lang kann man die Spiele noch spielen Oh das war das Ende Wer hat's nicht gespielt? Frage beantwortet Es gibt gute Spiele und es gibt auch schlechte Spiele Ich spiel schlechte Spiele und davon gibt's echt voll viele Jetzt spielen wir Block Diese Spiele die keinen Sound haben Von denen hab ich immer Angst Und will nie laut reden Was jetzt? Player 1 Slow it tight Was Was soll ich da drücken? Press S Und spiele 2K Mal schauen ob wir uns selber jetzt wieder austricksen können Ich bin bereit Ich auch Und go Was? Hä? Warte mal ich drück jetzt S Oh Halt da Tua Ah Äh Wah Hi Ha Was? Ich versteh kein Wort Muss ich nur dann drücken wenn die Farbe blau kommt oder was? Ha Uh Hä Ah Muss mit den Augen jetzt schieben Chakra Pust Hey 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 Low hit high hit Achso Rot macht ein High hit Und Orange Okay Rot orange Also einfach immer rot orange drücken Okay 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 Los geht Was hab ich Wow Oh 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 Ich hab ihn geblockt Jetzt hat er mich flachgelegt Ja okay Ich merke schon man braucht das für Okay Man braucht Freunde für Das nächste Spiel ist der Pit Und es sah unglaublich gut aus Aber schauen wir mal was es zu bieten hat Ne Vielleicht sind ja die inneren Werte das was zählt Okay wir sind ein kleiner Block Ich hab gelesen irgendwie soll man sich aufbauen Und dann entwickelt man sich und entwickelt man sich Da ist der Pit Und jetzt Was soll ich jetzt machen soll ich da rein Ich will da rein gehen Oh Ist das ein Hey Kollege Hey Hast du Bock Kung fu Blocks zu spielen Da bra Oh warte mal Ah warte mal Ich muss die fressen oder was Ah und dann werden wir mal größer und größer und größer und größer Und könnten da reinpassen oder was Oh Da fehlt ein Teil in uns Aber Durch Freunde werden wir größer und stärker Und dann Bitte was Wieso kann ich die jetzt nicht mehr essen Oh bin ich zu langsam gewesen Oh ich bin zu langsam gewesen Oh Oh Ich fülle das Loch Ah und dann werden die Ah Was Was machen die jetzt Die kann ich jetzt auch essen Okay Okay Warte mal Ich frisse ich jetzt auch mal ganz kurz Ah wir waren voll Deswegen konnte ich das nicht snacken Das wie seit ein Spiel das kaum Effekte hat Was dich Wie das selber synchronisieren muss Kein Problem für mich man Ah Fries bin ich Warte mal die haben ja echt Angst vor mir Scheiße Ey das Spiel ist aber nicht schlecht eigentlich ne So weißt du Weiterbauen und weiterbauen und weiterbauen Darf ich die essen Boah die sehen voll traurig aus Scheiße Hört mir jetzt das auf man Oh man Dieses Spiel ist ja voll das Kunstwerk ne Um selber voranzukommen ne Müssen wir Opfer bringen Und andere dafür opfern Weißt du damit wir selber vorankommen Digga Dieses Spiel hat so eine Botschaft ne Digga Das ist eigentlich voll das Gangsterspiel Ganz ehrlich man Boah Was guckst du so man Ich bin der jetzt vorangeht Im Leben man ne Du bist schon genug vorangegangen Du bist jetzt gestolpert Warte mal Warte mal Warte mal Lass mich noch weiterentwickeln Warte mal Es geht irgendwie nicht voran Ich sammle schon so viel auf Aber es geht nicht Guck mal da sind die Opfer Komm her man Komm her was ist los Verteidige dich Ah Yo ich weiß nicht was ich falsch mache man Die 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 kommen immer wieder raus Und ich weiß nicht was ich machen soll Und es geht nicht voran Und deswegen nehmt mich fest Nehmt mich fest Nehmt mich fest Ah jetzt bin ich tot Trauriges Ende alter Trauriges Ende Puh Krasses Spiel Next Das nächste Spiel heißt einfach nur Dying Und es ist ein Plattformer Na das verspricht ja echt Ein einfaches Jump'n'Runchen Oder Ein kleines Jump'n'Run Ründchen Nebenbei So was kann ich drücken Wie 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 aktivier Ah mit X Okay Guck 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 Ah damit laufen wir Das ist aber gefährliche Sache All sorts of medicines Ja die brauchst du auch gleich glaub ich I don't feel hungry Made with game maker Okay There is nothing in it Ja dann lass mal abhauen hier Lass mal abhauen hier Woopsie Why would I leave Weiß ich doch nicht Weil das ein Spiel ist Äh Ja Oh Da klopft's plötzlich Hey 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 Ganz ruhig Ich hab nur gerade mich Äh Mich leiser gemacht Bisschen Das Ah Hey ich Ah Das Licht ist aus Es gewittert Oh nein Ich hab da sicher Angst vor dem Gewitter Oh bin ich tot? Das Bett fliegt weg Schon wieder Verdammt nochmal Wohin denn? Hey bleib hier Und jetzt werden wir eingesaugt Okay Cool 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 Netter Anfang auf jeden Fall Made with game maker Light Wär cool wenn dieses blöde Wasserzeichen Wequem Hau ab man Okay bin Guck mal da sind ganz viele von uns Wir sind Testobjagd oder was Aha 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 Warte das kann ich ansprechen None of these are my brother Achso wir suchen unseren Bruder Da oben links ist noch einer Könnte auch Stewie Griffin sein Warum ist dein Kreuz auf dem X? Warum ist dein Kreuz auf dem X? Ich Ich dachte da fällt jetzt was runter von oben Hey Stewie Hä? Okay Noch geht das eigentlich Sehr interessant gemacht Auf jeden Fall Mit game maker light Okay ich weiß nicht wie aufwendig sowas ist Okay Warte mal Was willst du jetzt hier von mir? Ich kann nicht Kann ich Ah Achso Man kann einfach Ah okay Ich dachte Es tut mir leid Ich dachte wieder zu viel Hui Hui Das Geräusch geht auch voll nicht auf den Sarg So ein bisschen Hey du Okay Da müssen wir jetzt irgendwie hin Von der anderen Seite Alles klar Kriegen wir hin Kriegen wir hin Hiya Wo ist mein Bruder? Ich suche meinen Bruder Mein Bruder ist hier irgendwo hingereist Ich weiß zwar nicht wo ich bin Aber ich weiß dass mein Bruder hier irgendwo ist Oh mein Gott Da sind Stacheln Das bringt mich um Wir sind gestorben Das müssen wir vielleicht Weil da ist jetzt ein Block Vielleicht müssen wir die ganze Zeit sterben Weißt du Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Aha Jo Ein weiterer Block Okay Cool 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 Seht ihr das? Ja Jo Das ist gut Jetzt habe ich eine schöne Plattform gebaut Schön 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 So Äh was Die Plattform war eben nur noch drei Blöcke groß Und jetzt vier Ich weiß nicht was du meinst Ich weiß echt nicht was du meinst Au fuck Die tun einem weh Aber ich kann darüber helfen Oh Ich kann sogar juch Nice Okay Cool cool Warte 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 Das kriegen wir auch hin Das kriegen wir auch hin Das kriegen wir hin Das kriegen wir locker hin Er ist übers Licht vorbei Das Licht was nicht endlich ist Okay Ich meine was endlich ist Sehr eigenartig Ich muss mich da unten verstecken Wozu wenn ich einfach durchlassen kann Verdammt nochmal Wir sind jetzt frei Frei von Regeln Scheiß auf Regeln Und wir scheißen Auch Auf Diese Uhr Yo Das ist eine guillotine Verdammt Okay Du Idiot Es wird dunkel Es wird dunkel Es wird dunkel Oh nein Schwarze Augen Wir werden gleich sterben Gleich ist es soweit Oh nein Ich hab nur noch wenige Minuten vor mir Nur noch wenige Minuten Ah Grausam Noch wenige Minuten Ah ist schon vorbei Ah sehr schön Okay Ich dachte das dauert noch etwas länger Es gibt gute Spiele Und es gibt auch schlechte Spiele Ich spiel schlechte Spiele Und davon gibt es echt voll viele Yeah Oh yeah Der Soundtrack ist auf jeden Fall richtig geil Wir spielen jetzt Ich hab keine Ahnung Wie das Spiel heißt Irgendwas mit Kot fressen Choose the game mode You want to play Story mode Unavailable Oder rage mode Okay der rage mode klingt gut Get the poop I will get the poop Oh das war lecker Oh nein Wenn ihr jetzt genau hin seht Seht ihr dort einen Stachel auf dem Boden Schaut genau hin Entdeckt Meine Profi Augen entdecken sowas natürlich In 0,02 Stunden Level 3 Okay Okay jetzt haben wir hier Wir müssen Okay hier ist eine Plattform Mann Ich hab bei solchen Spielen immer Angst dass wir Dass wir Dass wir einen Jumpscare gleich bekommen Deswegen drehe ich mal das Spiel Vielleicht ein bisschen leiser Ich weiß nicht Okay komm schon Komm schon Komm schon Okay wir hingen da fest Mit unserem Ohr Verdammt nochmal Das liegt daran Dass die Kuhn Das kannst du nochmal machen Wow ich will aber wissen wie es weitergeht Ich will wissen wie es weitergeht Ich will das Ich will das Ich will den Jumpscare finden Hä Wie kommt man jetzt da denn hin Yo 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 Warum kann ich manchmal so hoch springen Und manchmal nicht Ich verstehe das nicht You have completed the first five levels Play again Ja man Ja man Ja haben wir noch ein neues Spiel Ein anderes Spiel Das ist das letzte Spiel Was wir heute gefunden haben Oh Es gibt gute Spiele Und es gibt auch schlechte Spiele Ich spiel schlechte Spiele Und davon gibt es echt voll viele Yeah yeah